Woa! Haha! Wer war nur der gute alte Krüppel am Boot? Pfff! Gut, dass wir das nicht wissen! Wo können wir jetzt in der Elektrik leider nicht? Ja, und die Kutsche will ich ja! Ist das Komi? Das Spanische Komi ist hier? Hispania! Ich geh ja auch in den Koffer um! Wobei wahrscheinlich irgendwo ein Fragmus wahrscheinlich mehr rumliegen Weil hier liegen nicht so groß, dass da... Na, bestimmt können! Ich bin nicht so groß, bitte nicht! Ich kann kommen, ist so richtig! Ich seh schon nichts zu lieben! Äh, Jack! Hast du gehört? Geh zum Treibstoff! Ja, ich weiß, aber... Tauschen? Bitte! Auf meinen, du Arschler! So! Also schon mal erfordern das Spiel! Du musst schon wissen, wo du siehst! So! Das ist schon erfordern das Spiel! Du musst schon wissen, wo du siehst! Ja, du musst schon wissen, was siehst! Boah, die spannende Musik gerade, ey! Ja, ne, sie sind so... 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 Ja, ne, sie sind so offen... manchmal sehe ich... Mann, wie du siehst wirst! Gut, ne, die spannende Musik jetzt! Wie der, die nach電 Palace! Dannirable Adyclektin und Tien... Hat sich da auch denn noch mal hinter dele plant, denn hier im Gesetz... Was wir so miejD içinde? Aber auch die sind viele? Ja, ne, nicht nehmen, wie der Platz geht denn dort! videoschumale Adyclea? Nein, nein, ich... Ziel wählen, gut bleiben. Also muss er auf jeden Fall auf der Karte sein. Ja gut, dass er nicht wirklich schon Zeit läuft. Ja. Nein. Du hast ja nichts Reden von beiden. Jabba, Alter. Die haben dann alle die gleiche Frage gestellt. Wir wissen, ob wir den Elektroleidigen gesehen haben. Wo ist dies? Wir sterben. Kannst du ja nicht mehr wegfahren. Du hast gar nicht stehen bekommen. Mal stauten. So, ja, schön. Ähm, geht seltsam. Na klar, aber man steigt vor. Oh boy, Speed! Also egal, welche Richtung du bist, explodiert sofort. Ja, 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 ja. Das Bewegungsmeld ist angeboten. Die anderen haben Bewegungsmeld angeboten. Jepa! So, aber die Kugeln sind immer schon noch mehr. Wir sind nie für, was es heute geht. Wir sind nie für, was es heute geht. Wir sind nie für, was es mal gut ist. Geht in den Mund. Ich habe mir keinen Speicherungsdienst. Ja, ich denke, sie muss gerade hinbekommen. Also kann man nicht schaden. Jetzt ist gut. Hast du den Check? Hast du den Check? Hast du den Check? Das Benzin läuft aus. Du musst das reparieren, bevor das ganze Ding in die Luft fliegt. Verstanden? Ich muss das mal im Umgang zum Beispiel. So. Meine Aufgabe… Das Benzin leeeck! Ich muss einen… Eine elektrische Leistung finden! Leistung! Ja, eine Leck. Le-Leck. Nein. 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 Krass. Die Leere, Heidi... Ich praktisch funktioniert. Schindhaftентов bedank, Freddy... Ich frage jetzt voramelimaginen... Ich hole ständig, ich hole viele Menschen, die zeige ich nicht... Also wir kommen oben nicht rein, diese Falle nicht. комп severely und die W justo... Die tactic ist wieder weg. Das oben nicht… Hier ist nichts, hier ist nichts Nooo, nö, was eben hier ist Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts Hier ist nichts, hier ist nichts Oh, leer Wir wollen die Wasserflasche Die Beckenung ist leer, die Wasser Naja, leer ist es Die sind los Das klingt selber eigentlich Ja, dann kannst du überall so gemäuscht Nee, da haben wir ja schon jetzt, ne? Nee, das ist gut Tun wir da ruhig ab, ne? Hast du nur Wasserflaschen drin? Ja, dann tun wir schon Ja So viel dazu 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 Ein Leckweißen Wienchen Okay, das haben wir schon besucht Hier ist noch Ob wir sehen, irgendwas ist zu einfach Oh So viel dazu So viel dazu, ne? So viel dazu Dann Achso! Achso! So, wir haben jetzt die Tasche, so hier und so das hinmachen. Und dann konservieren wir nämlich das hier drinnen. Ich hoffe, dass ich oben das angepissen werde. Nö, vorbei. Nö. Äh, Volt. Hinten kommt so wenig an. Minus 30, äh... Minus 15... Minus 30 machen. Die machen ja Minus 5. Also müssten hier irgendwie die, oder? Das ist ja wirklich nicht größer. Ja, das brauchst du. Das brauchst du. Ah, ne. Du musst gar nicht so gut einsetzen können. Ja. Funktioniert das auch? Wir müssen das jetzt so machen. Wir müssen da drüben mit 35 Volt ankommen. Da müssen wir drüben ankommen. Da müssen wir drüben ankommen, ne? Schwer auch keine Hilfe geben jetzt gerade. Das ist ja schon richtig, hier. Ja. Das sind wir bei 15 Volt. Das sind wir bei 15 Volt. Ja. Also brauchen wir jetzt ja einen Fluss. Ja, ich brauchst du mal wieder. Ja, ich brauchst du mal wieder. Ach, hier können wir das nicht so machen. Und hier müssen wir ja wieder einen Fluss nutzen. Geht ja nicht anders. Warum brauchen wir denn das? Wir sind jetzt bei 50. Also durften wir maximal noch so eins einsetzen eigentlich. Dann kommen wir ja nicht hier an. Nö. Jetzt müssen wir ja einen Fluss, aber da kommen wir zu wenig an, weil wir sind 15 Volt unter dem, was wir brauchen. Hm. Ich weiß nicht, ob wir noch bei euch rummeln können, zufrieden oder weiße. Ja, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Lock, hast du zufrieden? Hast du zufrieden noch nicht? Vorsichtig, das ganze fliegt. Ein Tauschel, Momentan. Das Relais kann die Flussrichtung des Stroms ändern. Oh. Ja, check's in das mal. Das hat ein Kreuzmuster. Der Strom fließt. Äh, ja. Das Relais... Sofie, also... Wer macht den Scheiße? Wir bräuchten noch ein paar Relais, auf jeden Fall, wahrscheinlich. Wir finden ja hin, wenn wir uns nicht. Ja, bin ich zu wenig. Boah, ich stehe mir gerade nur total auf den Schlauch. So. Das ist ja richtig, auf jeden Fall. Das ist ja richtig, auf jeden Fall. Hier kommt... Hier kommt viel Strom ein. Hier kommt viel Strom ein. Was müssen wir hier? Drrrr. Aber haben wir 65. Das ist ja ganz klärend. Da muss ja. Da muss ja. Das müssen wir ja auch. Ein Plus machen, wo es ja sinnlos ist. Und dann haben wir auch nichts mehr. Ich hab auch mal das Plus, das ist uns 50. Das ist mal irgendwie. Das müssen wir auch noch mal machen. Highмер! $%&$%&$&$%&%&$%&%&%&$%&.%&%$%&%&%&%&%$&%&%$%&$%&&%&$%&&%$%&%$%&%&%$&%&%$$&%&%$%&%$! Kein Stroh. Minus 15. Minus 15. Minus 30. Okay, ist wohl eine große Hilfe. Ja, das haben wir schon alleine noch nicht. Das haben wir schon... ACH! Das sind die Leute nicht hier. Das ist ein Kpin! Das ist ein Kpin. Die Tränen! Das ist ein Kpin! Ja, das ist ein Kpin! Das ist die Tränen!